Man sieht schon wieso, oder? Oh, ich hab den Kofenabend umgebracht. So gut wie er ist. Hehehe. Eure Macht wächst. Hervorragend. Nicht herausragend. Sooo, der Kornspeicher muss auch nicht mehr werden. Wir kommen schon ein bisschen höher. So, dann kommen wir wieder ins Torhaus. Achso. So gut wie erledigt. Und los. Katapult wird bewegt. Wir haben recht. Alle Katapulte. Alle Katapulte feuern hoch. So gut wie erledigt. Boah, da hin. Wie sieht's da aus? Ah. So, den. Der ist mein eigenes Ziel. Eigentliches Ziel. Aber den kann man halt nicht anpeilen. Aber manchmal schießen die drüber. Hehehe. Mein Herr? So gut wie erledigt. So, legen wir mal da drauf. Die Schenke ist auch wieder weg. Sehr schön. Dann können wir eigentlich... Katapult wird bewegt. Ich denke, die Reichen erst mal für den Anfang. Kannst du denn bis wohin? So gut wie erledigt. Katapult bereit, Mylon. So gut wie erledigt. Können das jetzt alle? Naja, fast alle. Ah. Achso, der Pechkessel oder was? Habe ich nicht drauf geachtet. Aber sehr praktisch. Wunderbar. Katapult wird bewegt. So gut wie erledigt. Hervorragend. Herrlich. Na, wo sind sie jetzt? Habe ich mich... Katapult wird bewegt. Wir können erst mal zurück. So, da, da. Sind das alle? Oder sind ein paar auf die, die gekommen, hier unten lang zu gehen? Ich kenne euch. So. 108. Jetzt muss ich nur sehr gut aufpassen. Denn da sind immer noch Türme. Und er hat, wie gesagt, überall Pech fallen. Sogar in der Burg teilweise. Schauen wir uns mal rein. Da. Wir werden überfallen. Ah, ich wusste es. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ah, scheiße. So weit reichen's. Was für ein Assi. Ich wusste es. Ah. Ich verschätze mich immer wieder, was diese Pechgräben angeht. Hier macht's auch gleich Wuch. Oder auch nicht. Was ist jetzt los? Aha. Da, 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 da. Zurück. Jaja. Ich kenne nicht, du kleiner Drecksack. Scheiß Mistkerl. Am wenigsten dürfte jetzt hier kein Pech mehr sein. Ah, Schönheit. Wieso? Wieso? Ja, ja. Genau richtig weggekommen noch. Hallo? Wie sieht's mal damit aus? Jawoll. Zum Ruf um. Ja, ja. Das Gute ist, wenn er irgendwann keine Bogenschützen mehr hat und keine Pech vorzieht, dann kann er sowas nicht mehr entzünden. Das ist eigentlich mein Hauptgrund, warum ich so angreife. Um quasi zu entschärfen. Aber ich denke, jetzt ist es gut genug. Dann gehen wir doch mal... Nein, nicht hier hin. Ähm... Boah. Bisschen Kohle. Dann können wir ein bisschen Armbrustschützchen und Bogens verkaufen. Und kaufen uns jetzt ein paar von meinen Lieblings-Einheiten, wie zu erwarten war. Es werden Rekruten benötigt sein. Tut mir leid, dass da keine große Überraschung aufkreuzt, aber... Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, hör! So, wie sieht's aus? Was? Ja, hör! Erstmal hier hin. Den ganzen Weg ohne Verbündeten. Ach ja, so, Befehl erteilen. Greif den gelben an. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ich habe wichtigere Pläne, mein Lord. Ich überlasse euch diese Ehre. Ja, Vollpfosten. Du tust es ja schon die ganze Zeit. Ich wollte dir nur noch mal einen Offensiv-Angriff vorschlagen. Wir werden überfallen! Nein, 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 nein. Boah. Alli, Salona, ja. Salon. Alparasotagi. Komm schon, schießt den Deppen ab, sonst schmeißt er Feuer runter. Wunderbar, wie wär's damit? Und damit? Na ja, okay, sind's da? Ja. Manchmal ist er ein Wunderbar. Gut, das ging sauberer als ich dachte. Der Nachteil an dieser Variante ist halt einfach, der hat jetzt so gut wie nix mehr. Der hat sein Gold rausgehauen, der hat kaum mehr Nahrung, der hat kaum mehr Güter, der hat eigentlich nix mehr, was man bekommt, wenn man ihn kaputt macht. Boah, hat denn der noch 14 Einheiten? Na nun? Der muss doch noch irgendwo 14 Einheiten haben. Eine Nachricht von Kalifen. Ach so, aber das sind wir nicht 14. Bleib meinen Ländereien fahren, Ungläubiger! Bleib fahren! Wenn du mich daran hindern kannst. Das geht nicht. Na bitte. Eine Nachricht von Kalifen. Ich werde es euch schon zeigen, Ungläubiger! Sehe ich genauso, ne? Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Gute Arbeit, mein Lord. Wir sind zutiefst beeindruckt von eurer Leistung. Ja. Natürlich. So, wie sieht es hier aus? Kein Hopfen, kein Bier. Eigentlich nichts wirkliches. Naja. Na okay. Ja, ja! Es werden Waffen benötigt, Sire. Gut. Das Problem bei den Katapulten ist, man muss immer dran denken, keine Doppelklicks, keine Doppelklicks. Ein guter Marsch! Denn ein Doppelklick würde bei diesen Katapulten bedeuten, dass ich sie alle entlasse. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders. So, wir sehen uns. Schauen wir uns die Burg vom zweiten Gegner mal in der Nähe an. Aus der Nähe, Entschuldigung. Aber es ist, glaube ich, eine andere Mission als die, die ich dachte, weil die erscheint mir jetzt doch einfacher als das, was ich mal vor langer Zeit im Sinn hatte. Die hier muss kaputt gemacht werden. Okay. So, hier sind ein paar Einheiten weg. Stopp! Ihr könnt doch schon längst feuern, oder nicht? Nein, könnt ihr nicht. Was ist das denn für die Fuscherei? Könnt ihr hier wenigstens? Na, das geht schon. Das... In Ruhe ankommen lassen. Wir geben unser Bestes! Und... So geht das, Löwi. So, den Marktplatz weggemacht. Der Marktplatz ist ja auch ein sehr wichtiges Element. So. Bumm. Sehr gut. Ein Zwei-Fronten-Angriff. Jetzt können wir noch die Schenken kaputt machen. Und diesen Turm auch. Na komm schon. Na ja, mit Wagen hat das jetzt nicht mehr viel zu tun. Oh, komm. Katapult wird bewegt. Katapult bereit, Milon. Ein unmögliches Ziel. So gut wie erledigt. Bumm. So gut wie erledigt. So, da lang. Mal schauen, ob wir die Feuerballisten auch noch erwischen. So, die Baumeister-Gilde. Na bitte. Na ja, hau. Na komm. Na bitte. So gut wie erledigt. Zum oben. Hoffentlich ist da jetzt kein Flammengang. Oh, 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 oh. Wo sind meine Streitkolbis hier? Nicht, dass ihr mir noch die Schau steht. Immerhin, er zieht seine Einheiten ab und oh, oh, oh. Warum kann ich kein Friendly Fire anmachen? Schnell, 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 schnell. Ach so. Ja gut, wenn du erst zu den Steinen gehst. Welcher verdammte Idiot hat da schon wieder angekokelt? Das können... Ah, der hier. Blöder Sack, ey. Hallo, was ist das denn für ein Bug? So. Was auch immer. Meine Leistung. So, aber die Spielgeschwindigkeit werden wir vorher wieder auf 20 setzen. Damit wir für die nächste Mission nicht eine unangenehme Geschwindigkeitsüberraschung erleben. Wunderbar. Sieg. Komm schon. Das Vorratslager ist voll. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Gute Arbeit, mein Lord. Wir sind zum tiefsten beeindruckt. Das Vorratslager ist voll. Das ist... Die wichtigste Info. Ah. Endlich. So. Erworbenes Gold. Hm. Ja, man sieht, die sind sehr auf negativen Mali, damit sie schneller arbeiten. Aber die Armeen werden dadurch ja schlechter. Ja. Hier. Ah jo. Erstellte Truppen. Da bin ich ja nur auf Platz... Platz 4. Naja. So. Das war's. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir einen alten Freund wiedersehen. Tschüss. Tschüss.